Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Herzlich willkommen an diesem Montag, dem 21. September 2020. Ihr hört die Geek Talk Daily 889. Und heute habe ich die folgenden Themen für euch bereit. TikTok, Lütz 2, YouTube PIP, 23 Jahre Google und Rocket League. Ich beginne gleich mit dem allerersten. Und das ist TikTok, das ständige TikTok. Ihr hört es TikTok links und rechts. Es geht hin und her und auf und ab. Und ja, am Freitag wurden sie erst bestimmen. Die härteren Massnahmen in die Richtung von unter anderem Tencent mit WeChat und auch TikTok. Und am Montag sollen sie in Kraft treten. Der liebe Herr Trump hat jetzt nochmals eine Woche Bedenkfrist, Zusatzfrist oder was auch immer verschafft, damit sich Oracle und Walmart, die sich einen kleinen Teil des ganzen Kuchens teilen möchten, Oracle nämlich 12,5% und 7,5% Walmart, was mit dem restlichen 80% bleiben wird oder was auch immer, das ist nicht bekannt. Und Trump wollte ja eigentlich, dass das gesamte Unternehmen von China weggekauft wird. Und ja, es gibt ein Hin und Her. Und ich denke, das wird nicht das letzte Mal sein, dass ihr das Thema TikTok hier im Podcast mitbekommen habt. Gehen wir zu etwas Besserem über, sofern man das so nennen kann. Die App ja, das dahinter, ihr wisst ja vielleicht vom grossen Geek Talk, dem News-Format. Wir sind nicht mehr die grössten Fans von Sonos, doch für die Zeit, die wir es nutzen, nutze ich extrem gerne eine App auf der Apple Watch. L-Y-D, also L-U-D-L-I-D in der Version 2.0 ist rausgekommen. Ich habe am Poccips.ch Blog, beides ist verlinkt, schon mal einen ausführlichen Testbericht dazu geschrieben. Die neue Version entkoppelt die App von eurem Smartphone, lässt sie ein bisschen unabhängiger agieren und vor allem ganz cool, ihr könnt eine Audionotiz einsprechen und dann auf eure Speaker abspielen. Also ich freue mich schon ganz stark, wenn meine Mädels mich wieder mal nicht hören, eine kurze Audionachricht drauf sprechen und rüber zu schicken. Ich werde es für euch testen und bald mal darüber berichten. YouTube hat die Möglichkeit des Picture-in-Picture-Modus unter iOS für Gratis-Nutzer entfernt. Mittlerweile konnte man einen Umweg gehen oder in der letzten Zeit konnte man einen Umweg gehen und das Ganze aktivieren über den Browser. Das haben sie jetzt rausgenommen. Die Möglichkeit, was noch funktionieren soll, ist anscheinend ein Kurzbefehl, der euch das da hilft. In der App, aber auch in Safari drin. Ich bin mal gespannt, wie lange das noch drin bleiben wird. Das ist schon ein Ding, was unglaublich praktisch ist, egal ob bei Netflix, anderen Streaming-Anbietern oder eben YouTube, wenn man das Bild minimieren kann und nebenbei mal kurz die Mails oder sonst was checken kann. Dann gibt es einen schönen Beitrag auf dem Google Watch Blog, der die letzten 23 Jahre der Google Suchmaschine zusammenfasst, und zwar in Form von einer Galerie. Gestartet die Aria 1997, jedes Jahr geht es hoch bis und mit 2020. Die Sprache ist von der Startseite, welche Google uns begleitet hat über die Jahre. Es ist schon unglaublich, wie wenig sich da eigentlich geändert hat und wie doch es extrem viel ausmacht, also sprich optisch anders ausschaut. Schaut doch mal es nach. daily.geekdog.ca oder im Podcast Catch Royce Vertrauens, da findet ihr den Link dazu. Und zu guter Letzt macht sich Epic wieder mal Freunde. Nachdem das sie Apple ärgern und vor allem, nicht Apple, sondern die Kunden ärgern, indem das sie die ganze Geschichte losgetreten haben mit Fortnite, geht das Nächste los. Eigentlich gab es vor ein paar Wochen tolle Nachigkeiten. Ich glaube, ich hatte es sogar hier in der Daily drin. Rocket League wird zu Free-to-Play-Game. Das heisst, sie müssen nicht mehr bezahlen, können spielen und halt ein bisschen Geld einschmeissen für gewisse Annehmlichkeiten. Das Ganze klang ja toll, aber ja, Epic wäre nicht Epic, wenn sie nicht wieder einen epischen Fehler gemacht haben und jetzt einfach dafür zusätzlich noch den Epic-Account-Zwang eingeführt haben. Und zwar auch für Steam-Spieler. Und das ist besonders hässlich. Vor allem, wenn man sich so die Kommentare im Netz und in diversen Foren durchliest, macht Epic sich damit gar keine Freunde. Aber ja, das haben sie ja mittlerweile gut drauf. Das war's mit den heutigen Neuigkeiten. Was ich noch für euch habe in den Shownotes oder auf tele.gitalk.ch zum Nachlesen und besser gesagt zum Reinklicken. In der letzten Woche, wo der Achim die Folgen geführt hat und auch in den letzten Tagen kamen einige Videos online im YouTube-Kanal. Zum einen ist es ein Video zum Sennheiser MKI 200 Aufsteck-Mikrofon, über das ich aktuell übrigens mit euch spreche. Dann das Acara Smart Home Gadget oder die Acara Smart Home Gadgets alle zusammen. Ein Staubsauger-Review vom Electrolux PureQ 9 und mein ausführliches und langes Video zum DJI Osmo Mobile 4 Unboxing und Einrichten. Und im Blog ist eine Autohalterung für euer Smartphone online gegangen als Testbericht. Das war's dann jetzt aber auch schon. Mehr möchte ich euch nicht mehr oder habe ich euch nicht mehr. Euch einen guten und erfolgreichen Start. Und wenn ihr mögt, hören wir uns morgen wieder. Bis dann, euer Poughkeepsie. Tschüss. Hört mehr Geek Talk.